Ich hab mir grad die Nase geputzt. Achso. Deswegen... Sonderwille. Weiß diesmal nicht in Schuld. Hm? Ich wollte jetzt keine Pause machen. Davon da brauchen wir die Aufnahme. Ist auch YOLO. Kommt spinnen. YOLO 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 Oh, da kam der Fall angeflogen. Findest du? Kam da angeflogen? So, richtig flug, wusch. So richtig flug, wusch. Ich weiß, was ich eigentlich noch mal vor hatte, ein Gemütze zu bauen. Ach, das lohnt sich nicht ganz ernsthaft. Nö. Das dauert auch viel zu lange. Du brauchst normalerweise nur sau viel Cobblestone. Ja. Du brauchst einfach vor deiner Hütte so n Ding. Müsst du wie ich die mach. Du brauchst ja. Du brauchst ja nicht mal so ne komplizierte. Du brauchst einfach so Cobblestone Tower einbauen. Du brauchst so viel Cobblestone. Ich weiß. Scheiß. Ich weiß, weiß, weiß. Scheiß. Scheiß. Du scheiß. Ja. Was? Du bist schon so ne Drecksau ne? Du. Ich war das nicht. Nein. Ich hab wohl auch nicht. Was? Ich brauch gleich wieder ne neue Eisenrüstung. Hey, hey, hey. Ich weiß gar nicht, bis wann gehen eigentlich die Folgen noch vor uns. Äh, meine geht bis noch zum... Achtensechsten. Ist auch nicht mehr lang. Wenn man bedenkt. Hey. Vorsicht. Wart nicht. Hey, Zombie Wolcen. Ich hab gesagt hier. Mh. 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 Na ja, Kühl. Ich schlacht euch mal. Ein paar von euch. Na ja, meinst wo ich die kleinen Dinger schon rüber gesetzt habe. Sterb, sterb. Tiefing ist noch bei. So hab ich sie groß sind. Oh, Zombie. Minizombie yay! K funk yery Mu 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 mum mu 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 die Schlachtparade wireder Du schreibst dann immerchen Schlachtparade. Kuh-Schlacht-Parade wenn ich schon grad nicht genug Weizen hab, dann schlacht die halt ja Weizen und Kuh, ich hab auch nur noch 24 Eiii ich hab grad gar keinen Weizen mehr Bam 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 Na hier, Schweine Haha, trifft erstmal den Namen Zombie Der hat dir nix getan Oh Aber mir Aber dir, ja, glück nicht Doch der Aua bei mir getan Ja? Ja, Aua gemacht Oh Ey, ich nimm gern alles, ne, außer Skelette Dann kann ich das Fleisch aufgeraten Leider würd ich nicht Essen Ja, und EP kriegen EP, essen, EP, essen, EP, yeah Vielleicht sind nur noch die kleinen übrig Na, die Kleinen sind so nervig Na, die Kleinen sind so nervig Dann wollen sie nicht da raus, oder Brunner für zu lang, bis sie dann groß sind Ja, cool So, das sind nur noch die kleinen Babykühler Ja Mach da einfach wieder ein Lochieren So Du musst noch nicht leveln Toil leveln, komm Schaust du noch Fast zwei Sticks Sticks Ja, mach mal mit'n Lutig-Schwert Hätt' sie vier rausbekommen Ja Warte ich nicht Warte ich nicht Warte ich nicht Ich hab keine Dias mehr, das ist das Schlimme Vielleicht Ich auch nicht Oder eher gesagt, die haben noch zwei Stück Nur noch Naja, davon nehm ich gern einen Nö Weil einen wollte ich auf jeden Fall Bildst du nicht Warum nicht Warum Level 15 Warum, du dummer Hund Hey, 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 hey Du bist scheiße Nein Du Ähm Ähm Ehm Ehm Du Du So, tötet euch Fahren esqueletten, also mach' ich das mal eben schnell ja gut da muss man minuten abziehen ja das passt schon das wird sich da beim stein sowieso egal ergeben dass sowieso zwischen 14 16 minuten dann passt das ist okay 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 so wir sind noch nicht alle groß aber ich kann auch schon wieder eine runde poppen lassen jawohl letzte weizen sagt kein weizen mehr oder kommt zu viel erfahrungsbunden dadurch das ist unglaublich oder ist ein kugel wachsen nicht nur ein letztes weizen mein letztes hemd habe ich gegeben der letztes hemd ist immer nackt rum oder was ja so die hühnchen machen schön hühnchen weiter so knochen also wird auch noch knochen pfeile bogen ein bisschen weizen irgendwelche andere scheiß essen bräuchte wieder ich sammle momentan die knochen so jetzt bräuchte wieder dias 56 ja ja ich dachte ich habe mich verhört wieso ich weiß ja nicht manchmal verhört ich mich wenn ich krank bin manchmal wow kam gerade eine spinne von oben und ein zombie zentos du hast da drin ne ja nimm mal dein dia schwert verzaubert in der hand was damit und guck mal in die luft und dann guck mal aufs schwert wieso dann sieht man den dann sieht man voll viele sterne drauf ab und zu mal ein glitsch das schwer zu komisch das ist ja nicht dunkel hey mucus das ging ja schnell ich habe ja das alle geschlachtet und jetzt habe ich wieder große kühe das ist das guter das braucht ihr es damit gehen wir haben sich auch direkt sicher ich weiß nicht mehr weizen weizen heute doch eine farm die habe ich doch stehen mit pistons etc und sowas ja das war nicht ich glaube die bei der nächsten folge große farm warum mache ich mir das eigentlich immer so schwer und schwimmen rüber anstatt mir mal den weg zur wüste rüber zu bauen ja das kapiere ich auch nicht meinst du warum ich mir gerade einen cobblestone weg gemacht habe zu meinem höllen portal immer damit ich nicht so stumpf durch die wüste latschen muss damit ich nicht so stumpf durch die wüste latschen muss dann ist es eh nicht mehr lange also scheiß drauf ja aber dennoch ja das ist ein bisschen kabel zu nehmen und jetzt brauche ich mir jetzt mal einen weg rüber mach es aber schön ich meine wegen kämpfen lässt mach es denn eine breite brücke mit fünf blöcken oder so ja jetzt brauche ich da vielleicht ein monster drauf und einfach mal creeper laufen ein bisschen dicht machen schöner lava da ist ein dummer creeper grins die da ist noch ein skelett im wasser bevor ich bau kann muss ich den erstmal killen oder das erstmal killen den erstmal killen es killen das skelett doch egal da daaa da 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 Richtigner fisch da які Tos Baum Komm schon Komm schon Komm schon jawoll jawoll jawoller pola molla drei minuten noch ja jetzt so ein bisschen mehr weil ich früher wieder aufnahmen gestartet hatte das habe ich nämlich auch mit darauf wieder bist du nicht so machst du das spaß bringt aber bis ein uhr durch ja dann passt das auch ja um sagst du dann 56 sag doch gleich ein uhr was hast du für krumme zahlen hier nein aber nicht krumme zahlen was wir komm ein bisschen ich könnte schon wieder zurück gehen oder soll ich es langsam ja doch dann ist ja gut so langsam dunkel das heißt nämlich auf jeden fall musik ist es gerade eine kommen oder was und schon warum hat eine kippe und skeletten kippe getötet oder was ja ja so meine rüstung reparieren aber ich habe kein helme scheiße das ist scheiße natürlich ich muss gar nicht mehr den heimweg ich wollte gerade hose mit schuhe reparieren ok ich sag jetzt nichts du bist dumm halt's maul du bist dumm du bist eindeutig dumm hahaha wein doch wir machen wir einfach noch ruhig ja ja wein ruhig mach ruhig weini weini ok 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 alles klar alles sehr gut oder auch nicht bei dir findest du ja findest du ja findest du ja finde ich ja 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 doch auf jeden fall so ich sollte doch mal nach oben gehen wie viele enderpellen habe ich denn 12 ja habe ich ok so muss ich lang hier da auch nicht da jetzt so ich kühle auch schade so es ist jetzt dunkel witz 8 level wieder den schüler aus der zauberung hat schaden ja den hast du ja ja das kann ich sagen dass man nicht in hölle auch wenn ich noch mal befreien ganz gut und viel zu dunkel zu dunkel es geht ja was ist das jetzt hier für betrug das wird erst dunkel dann so müssen umstellen was ist hell die lava ist verdammt hell was geil red springen gedrückt da hättest du zwar nicht in lava einspringen können können att DR city innen avin im das wahr Ja, sag dir einfach YOLO und einfach machen. Meine FPS gehen voll durch und voll in den Keller damit. Ich hab mal den anderen von dem Typen reingemacht, den Shader. Welchen? Wer richtig hell ist und wo die fucken auch in der Hand leuchten. Achso, okay. Okay? Okay. Ähm. Options. Ach, Centus. Ne, geht's akki-laki. Den? Ich geh noch selber. Nein, der will mit mir nicht reden, bestimmt. Nein. Äh. Kühe schlachten! Yeah. Wollt ihr am Kühen wohl lassen? Nein. Doch. Sack. Da, 27 Level. Ja. Hardwalk. Ja. Nein, es wird jetzt... Nein, die Aufnahme ist gleich unterbrochen. Wieso? Komm auf Wecker. Ich weiß. Weiß. Nochmal Weizen. So, ich glaub hier stehen. Ich weiß das. Zack, zack, zack. sechs so kommen auch vor sieben schweißt auf das brennen so gibt mir direkt sicher centos centos ja die letzten sekunde tic 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 doch bei mir ist es aber schon soweit jetzt ist es bei mir soweit ich würde sagen bis zum nächsten mal bei der tag challenge mit flash tschüss und diesmal gesund